Hallo zusammen. Die große rote Eisenbahn ist immer noch dran, eine ETCS-Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Unterleiterbach in Betrieb zu nehmen. Und wir sind sozusagen über das Amtsblatt der Europäischen Union live dabei und geben launische Kommentare von der Seitenlinie dazu ab. Ich habe jetzt mal eine Fortsetzung zu meinem ersten Video zu dem Thema gemacht, nämlich mit den Auftragsänderungen, die sich im Zuge der sogenannten Sicherungserprobung dieser ETCS-Installation dann ergeben haben. Der Stand der Dinge an der neuen Strecke ist im Moment der, dass das ETCS-System dort inzwischen dann auch Sicherheitsverantwortung hat, ist also in Betrieb genommen und inzwischen läuft dort der Probebetrieb bzw. auch der Streckenkundeerwerb für die zukünftig dort fahrenden Triebfahrzeugführer. So, eine Handweiche sorgt für Probleme. Wenn man böse formulieren wollte, könnte man sagen, das modernste Zugsicherungssystem der Welt scheitert an einer Handweiche aus dem vorherigen Jahrhundert. Das hier ist das Corpus Delictium, das es jetzt gleich geht. Die Weiche 706 im Bahnhof Bischleben. Beziehungsweise nach dem neuesten Software-Update dieses ESTWs dort heißt sie jetzt 12W21. Die ganze Schiene von Erfurt über Gotha bis Eisennach wird ja schon seit Jahrzehnten aus ESTWs gesteuert. Das sind ursprünglich ganz alte Lorenz L90 ESTW gewesen. Die hatten damals, 1995, als das alles in Betrieb ging, noch nicht die heute übliche Bezeichnung mit Bereichskennzahl und so weiter. Deswegen hieß die Weiche bis vor kurzem noch 706 und jetzt eben nach ESTW-Norm dann neu 12W21. Im geraden Strang dieses Gleises können auch Zugfahrten stattfinden. Und man sieht hier, hier ist auch ein Riegelhandschloss an dieser Weiche dran. Die ist also abschließbar. So dass man also in den Gleisanschluss, der hier rechts abgeht, nur reinfahren kann, wenn man vorher Übereinkunft mit dem ESTW-Fahrdienstleiter erzielt hat. Der muss das nämlich dann freigeben, den Schlüssel. Dann bekommt man diesen Schlüssel, kann dann hier aufschließen. Und sobald die Weiche aufgeschlossen ist, können eben dann auch keine feindlichen Zugfahrten mehr hier durch das Gleis stattfinden. Das war und ist eigentlich Standardtechnik, aber wie sich herausstellt, ETCS kann damit irgendwie nicht umgehen. Im Amtsblatt liest sich das dann so. Ausrüstung des Bahnhofsgleises 5 in Bischleben mit ETCS. Ursprünglich war ein Ausstieg für ein Bahnhofsgleis in Erfurt-Bischleben vorgesehen. Grund dafür war die vorhandene Handweiche, die in ETCS nicht berücksichtigt werden kann. Mit gewachsener Planungstiefe musste festgestellt werden, dass eine regelkonforme Ausrüstung der Gleise mit einer ferngesteuerten, also elektrisch angetriebenen Weiche und die Ausrüstung mit ETCS aufwandsärmer ist, als viele Ein- und Ausstiege zu projektieren. Es ist also insgesamt billiger, diese Handweiche zu einer elektrischen Weiche zu machen und damit vollständig unter die Kontrolle des ESTW-Fahrdienstleiters zu bringen, anstatt hier Ein- und Ausstiege aus dem ETCS zu projektieren. Dafür braucht man ja insbesondere auch Streckenlänge. Man braucht dann wieder Zufahrtssicherungssignale möglicherweise und Grenzsignale. Das muss man alles auch erstmal irgendwo unterbringen an der Strecke. Und möglicherweise stellt sich eben auch raus, dass es gar nicht geht oder eben nur mit einem Heidenaufwand. Und wie immer ist auch ein Preisschild an dieser Maßnahme dran, 20.000 Euro mehr kosten. Die Türen der Notrufsprechstellen im Tunnel lassen sich nicht öffnen. Kleiner Schildbürger-Streich, beziehungsweise als Vertreter der jungen Generation würde man wahrscheinlich dann sagen, Hashtag Epic Fail. Anpassung der Notrufsrollenhalterung in den Tunneln in Bayern. Mit dem Einbau der Handläufe in die Tunnel der bayerischen Seite der Neubaustrecke kann der Errichter den Handlaufabstand von 30 cm von der Tunnelwand nur einhalten, wenn die Handläufe direkt an den Tunnel-Notrufsprechstellen entlanggeführt werden. Hier kann aber ein Umgriff von gut 5 cm nicht mehr sichergestellt werden und auch die Türen der Notrufsprechstellen lassen sich nicht öffnen. Der Regelzustand nach der Tunnelrichtlinie des Eisenbahnbundesamtes 123 0111 und Richtlinie 859 Modul 1800 lässt sich nur herstellen, wenn die Halterungen der Tunnel-Notrufsprechstellen jeweils um 5 cm eingekürzt werden. Die Kabale der Anlagenverantwortlichen hat auch wieder zugeschlagen. Wir erinnern uns an Teil 1 dieses Videos. Das waren diejenigen, die für die ESCWA-Bereichsrechnerräume dort Möbel dann gefordert haben. Herstellung von feldseitigen Standflächen an Kabelschränken der Leit- und Sicherungstechnik gemäß Forderung der Anlagenverantwortlichen. Die machen sich also berechtigterweise Sorgen, dass ihre Fachkräfte für Leit- und Sicherungstechnik, wenn die an dem Kabelschrank arbeiten, da möglicherweise irgendwie nach hinten umkippen und deswegen mal gegen Absturz gesichert werden müssen. Vielleicht noch ganz nebenbei, wer sind eigentlich diese sogenannten Anlagenverantwortlichen? Also die Verantwortung für die Bahnanlagen trägt bei der DB Netz jeweils der Netzbezirk, durch den die Strecke durchführt. Das sind im Fall der VDE 8.1 sind das meines Erachtens drei Bezirke. Einmal der Erfurter, dann ab Ilmenau-Wolfsberg so ungefähr bis zur thüringisch-bayerischen Landesgrenze, dann der Netzbezirk in Suhl. Die machen alle einen gewaltigen Karrieresprung. Das ist nämlich bis jetzt so ein schnarchiger Regionalnetz-Netzbezirk. Und jetzt haben die da so eine internationale Eisenbahn-transeuropäische Netzhauptstrecke dann da unter ihrer Verantwortung. Und für den bayerischen Teil der Neubaustrecke ist das der Netzbezirk in Kronach. Dann sollen Rammgründungen hergestellt werden für ETCS-Stopmarker. Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir noch, naja, okay, wer hätte gedacht, dass so ein popeliges NE14 irgendwie von seiner Statik her so kritisch ist, dass das Fundament da mit Rammgründung hergestellt werden muss. So, aber der Reihe nach, was hat es jetzt damit auf sich? Wieso Rammgründung? Auf der Schnellfahrstrecke Erfurt-Leipzig, da waren die NE14, wenn sie sich zwischen den Hauptgleisen befanden, in dieser Art und Weise aufgestellt worden. Das war also einfach nur so ein Betonpin und dann eben das Ding da hier in Zwergausführung dann dort angebracht. Für die VDE 8.1 von Erfurt nach Unterleiterbach, da wurde jetzt diese Lösung dann sowohl vom Eisenbahnbetriebsleiter der DB Netz AG als auch vom Eisenbahnbundesamt, die haben beide angesagt, dass sie das so nicht mehr akzeptieren würden. Wenn ich raten müsste, warum nicht, dann würde ich sagen, weil wir uns hier im Thüringer Wald befinden, wo es im Winter auch mal durchaus kräftig schneien kann. Und dann ist dieser Zwerg hier, ist dann möglicherweise, wenn es noch ein bisschen weht, dann ruckzuck irgendwie unter der Schneedecke verschwunden. Und auch allgemein ist die Signalsichtbarkeit von so einem Zwerg hier möglicherweise etwas schlecht. Als ich im April an der Strecke Fotos gemacht habe, da war der Umbau gerade im Gange. Die Rammgründung hier war also bereits offenbar hergestellt und hier lag dann auch schon so ein kleiner Signalfuß. Allerdings die schlussendlich fertige Lösung sieht nochmal ganz anders aus. Nämlich so. Also dieser Signalfuß hier ist nochmal ein ganzes Stück gewachsen. Es handelt sich hier um einen 5,20 Meter hohen Masten, der normalerweise eingesetzt wird als Signalmast für HV-Kompakt-Signale und KS-Signale. Und damit ist dann auch klar, warum man jetzt hier so eine aufwendige Fundamentierung und Gründung dann da betreiben musste mit der Ramme. Diese Lösung hier mit dem 5,20 Meter hohen Mast, die sieht möglicherweise jetzt ein bisschen aus wie Overkill, aber die ganze Sache wird auch sofort klarer, wenn man sich hier mal Lichtraumprofile mit dazu einblendet. Das kann ich ja relativ einfach hier mal machen. Das ist die schöne Sache an einem realistischen Zugsimulator. Der rote Bereich hier ist also der Bereich, der absolut in jedem Fall freizuhalten ist. Der weiße Bereich hier ist dann freizuhalten, wenn es der Bahnbetrieb nicht unbedingt erfordert. Und die blauen Bereiche hier an der Seite, die dürfen durch Gegenstände belegt werden, nur während Bauarbeiten. Und jetzt ist es so, wenn wir uns das Lichtraumprofil jetzt mal hier angucken, das endet hier exakt auf den Millimeter hier an dem Masten hier. Dieser Mast kann also eingesetzt werden bei Gleisabständen ab 4,50 Meter und größer. Und genau diese 4,50 Meter haben wir ja hier am Thüringer Streckenabschnitt der VDE 8.1. Da passt er also genau dazwischen. Was nicht mehr dazwischen passen würde, wäre hier das Blechschild. Deswegen muss der so hoch sein, 5,20 Meter, weil erst hier oben steht das Blechschild dann profilfrei. Und so erklärt sich also dieser kleine Aufstand mit der RAM-Gründung. Dann wurden 8.000 Euro fällig für den Umbau eines anderen dämlichen Blechschilds. Nämlich die Rangierhalttafel im Tunnel Feuerfelsen. Die gehört zum Bahnhof Rödenthal Betriebsbahnhof. Sicherstellen der Abnahmefähigkeit und Vermeidung von EBA-Untersagung. Da scheint es also möglicherweise auch irgendwelche Probleme mit der Signalsichtbarkeit oder so gegeben zu haben, würde ich mal vermuten. Die Bauarbeiter übernehmen sich wie die Achse im Wald. Auch hier kann man sich mal eben zurückerinnern an Teil 1 dieses Videos. Damals gab es unter anderem einen Posten, wo sämtliche Weichenantriebe an der Strecke einmal ausgebaut, überprüft und wieder eingebaut werden sollten. Das war, wie sich herausstellt, auch bitter notwendig, denn am Abzweig Weißenboden am Forst, da fand man tatsächlich was. Es war nämlich gekommen zu einem Auffahrvorgang an der Weiche 35W61 und zwei Weichenantriebe an dieser Weiche sind zwingend auf Beschädigung zu überprüfen. Diese Schnellfahrweichen haben ja zwei Antriebe, einen an den Zungen und einen am Herzstück. Auch hier wieder Preisschild dran, was ist es? 15.000 Euro. So, dann nächster Schadensfall. Wieder die Bauarbeiter, die die schöne neue Schnellfahrstrecke schon wieder kaputt machen. Austausch eines Achszählpunkts im Bereich Tunnel Bläsberg aufgrund von Beschädigung durch Dritte. Lässt sich leider nicht mehr feststellen, wer es war. So, dann fragte die Firma Siemens sicherheitshalber mal bei der Deutschen Bahn nach. Wollt ihr wirklich und unbedingt mit Güterzügen nach Coburg fahren? Muss das sein? Geht es nicht auch ohne? Man kann der Deutschen Bahn jedenfalls nicht vorwerfen, dass sie die Güterzugfähigkeit dieser neuen Strecke leichtfertig aufs Spiel setzt. Sie haben in diesem Fall, den wir jetzt gleich sehen werden, dann tatsächlich darauf bestanden, dass da keine Kosten und Mühen gescheut werden, um eben tatsächlich auch Güterzüge bis nach Coburg fahren zu können. Es geht um Änderungen eines UIG-Antrags. UIG steht also für unternehmensinterne Genehmigung. Es gibt in den Planungsregelwerken der Deutschen Bahn AG, gibt es eben Regelwerte, an die sich die Planer zu halten haben. Dann gibt es einen Ermessensbereich, den können Sie ohne besondere Genehmigung ausschöpfen. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, wenn man da reingehen will mit den Werten, dann muss man sich erstmal eine Genehmigung bei der Zentrale der DB Netz AG abholen. Das ist dann dieses sogenannte UIG-Verfahren. Und darüber hinaus würde es noch eine weitere Eskalationsstufe geben. Das ist dann nämlich die sogenannte Zustimmung im Einzelfall durch das Eisenbahnbundesamt. Wenn man also total von den anerkannten Regeln der Technik abweichen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Anordnung eines Datenpunkts Typ 26 auf der Strecke 5126. Das ist die Verbindungskurve von Abzweig-Essbacher See auf der Schnellfahrstrecke in Richtung Abzweig-Herzogsweg. Also für Züge von und nach Coburg, Erfurt und Gegenrichtung. Kfzs, das ist das Konsortium von Firma Siemens und Kapsch, die also ja hier diesen ETCS- und GSMR-Auftrag an Land gezogen hatten, wurde mit der Errichtung von ETCS auf der VDE 81 beauftragt. Auf der Verbindungskurve Coburg muss ein Ausstieg nach ETCS-Level 2 hergestellt werden. Gemäß Regelwerk ist dort ein TSR-Datenpunkt zu planen. TSR steht für Temporary Speed Restriction, also eine vorübergehende Langsamfahrstelle. Oder es sind Snelcht, schlecht bremsende Züge auszuschließen. Ursprünglich konnte das Projekt davon ausgehen, dass auf Güterzüge verzichtet werden kann. Wer will auch mit Güterzügen von Erfurt nach Coburg reinfahren? Der Besteller lehnt jedoch ein Verbot von Güterzügen ab. Die Überarbeitung des UEG-Antrags muss durch denselben Auftragnehmer erfolgen, der ihn erstellt hat. So, dann ein kleines Hoppala in der ETCS-Projektierung, was erst aufgefallen ist, nachdem er mal richtig Gas gegeben hat und mit 300 kmh über die Strecke geheizt ist. Es kam dann nämlich dazu, dass also die Triebfahrzeugführer ziemlichen Stress im Führerstand bekamen, weil zu viele gleichzeitige Textmeldungen im Display dann aufliefen, die auch alle dann einzeln bestätigt werden mussten. Es handelt sich um kurz hintereinander auftretende, quittierungspflichtige Textmeldungen. Es war erst im realen Betrieb bei hoher Geschwindigkeit erkennbar, dass für den Triebfahrzeugführer zu wenig Zeit bleibt, diese Textmeldungen abzuarbeiten. Eine nicht zeitgerechte Abarbeitung und Quittierung, hier maximal 5 Sekunden, führt zu Zwangsbremsungen. Die daraufhin erfolgte sicherheitliche Bewertung hat ergeben, dass auf die Quittierung einer der Textmeldungen verzichtet werden kann. Es erfolgt keine grundlegende Änderung der Funktionalität der Anlage. Es muss das Quittungsregime angepasst werden, also keine Quittierungspflicht der Textmeldung, Festlegung von Anzeige-Ende-Bedingungen. So, und da es hier allerdings um sicherheitsrelevante Software geht, die dann auch getestet und abgenommen werden muss, ist diese kleine Änderung absolut nicht billig, nämlich 250.000 Euro bekommt die Firma Siemens dafür, dass sie sich diese Textmeldungen anschauen und ändern. Und zu guter Letzt dann nochmal ein Punkt auf Wiedervorlage, der war schon im letzten Video von mir drin. Es geht darum, was passiert eigentlich, wenn zwei Fahrzeuge mit der gleichen Loknummer auf die Strecke auffahren. Damals hatte ich dann orakelt, naja, es wird vermutlich daran gelegen haben, dass also irgendwelche Unklarheiten im ETCS-Standard der Baseline 230.d irgendwie vorhanden wären. Wie sich allerdings bei näherer Betrachtung der entsprechenden Dokumente herausgestellt hat, also es ist den Leuten, die auf europäischer Ebene das ETCS entwickeln, denen ist zwar vieles zuzutrauen, und auch dazu hatte ich ja mal ein Video gemacht, wie also die Baseline 350 da so zustande kam. Allerdings so dämlich, dass die also die Loknummer als nicht unique dann deklarieren im Standard, so dämlich waren die auch nicht. Das war also durchaus vorgesehen, dass also eine Loknummer eigentlich nur einmal in ganz Europa vorkommen darf. Und trotzdem war also es im Testbetrieb damals auf der Strecke Erfurt-Leipzig dazu gekommen, dass also der Fall eintrat, der weder sein kann noch sein darf, dass nämlich plötzlich zwei Fahrzeuge, die sich mit derselben Loknummer bei der Zentrale meldeten, dann da drauf rumfuhren. So, wie konnte das passieren? Auch ETCS-Fahrzeuggeräte bekommen ja ab und zu mal Software-Updates eingespielt. Das macht man dann per Service-Laptop, kabelt man sich dann da ran, funktioniert im Prinzip so wie bei jedem anderen Embedded-System, man spielt dann da ein Firmware-Image ein. Und bei den Fahrzeuggeräten eines Herstellers, wir wollen keine Namen nennen, war es also so, dass offenbar in diesem Firmware-Image war eine Loknummer dann hartcodiert. Und dann gab es einen Betreiber da, der hatte mehrere gleichartige Triebfahrzeuge in Betrieb, hat also der Reihe nach dann jeweils diese Software da eingespielt. Und so kam es dann dazu, dass also die dann nach diesem Update alle die gleiche Loknummer hatten. Ja, also, in diesem Sinne, mal gucken, ob sich vielleicht noch genügend Punkte für ein drittes derartiges Video ergeben. Es geht ja unter anderem dann im Dezember auch die Strecke Erfurt-Eisenach mit ETCS in Betrieb und irgendwie Teile der Ausbaustrecke da von Unterleiterbach Richtung Bamberg. Vielleicht ergibt sich da auch noch die eine oder andere Auftragsänderung, die wir dann hier besprechen können. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst auf dieser Welle. Tschüss!